Hi Leute, das ist so ein Zungenbrecher. Hi Leute, heute gibt es für euch ein Unboxing-Update-Video. Und zwar haben die von Books on Demand mir das letzte Mal ja die Rezensionsexemplare, Referenzexemplare, die Ansichtsexemplare geschickt, um sie zu überprüfen. Und ja, da es bei beiden noch optisch ein bisschen was zu verbessern gab, also außen zum Beispiel hier die Anpassung vom Autorennamen und vom Untertitel. Innen drin musste auch noch die Schriftgröße angepasst werden. Ja, und die neuen Ansechsexemplare sind hier. Und ich freue mich, sie mit euch gemeinsam auszupacken und dann schlussendlich freizugeben. Ja, genau jetzt geht die Sonne weg, aber egal, probieren wir es trotzdem. Das Paket, das ich hiermit auspacken werde. Das ist genauso schön praktisch wie das letzte Mal. Jetzt fühlt sich irgendwie cool an. Frisch ans Werk. So, jetzt kann man, soweit ich weiß, hier einritzen, das letzte Mal auch schon. Das geht auf jeden Fall flüssiger als beim letzten Mal. Ich bin begeistert. Also, ach, die haben wir jetzt gleich doppelt geschickt. Sehr schön. Ein bisschen angestockt. Schatten vor Grenzlinge Teil 2, die Endversion. Ich liebe es. Ich bin gerade so was und happy. Erste Version, zweite Version. Verbessert. Ich bin gerade so was von happy. Es ist perfekt, es ist perfekt, es ist perfekt, es ist perfekt. Ich muss das einfach tun. Danke, Buchsantiman, für eure Mühe. Und jetzt nochmal der Einser. Auch perfekt. Ich liebe es. Ja, auch nochmal im Vergleich gezeigt. Ja. Ja, Freigabe erfolgt heute Abend per Mail. Beziehungsweise morgen, heute ist ja Sonntag. Also, sie kommt heute Abend an, wird morgen bearbeitet. Und morgen ist es somit offiziell. Dankeschön. Also auch von euch alle. Vielen Dank, dass ihr euch so lange geduldet habt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ja, okay, Moment. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Nicht, dass ich decheinander komme. Und das ist auch noch wichtig. Das gehört. Das wir dann. Puh. Ich bin total aufgeregt. Freut euch auf heute Abend. Ich bin so glücklich gerade. Das glaubt ihr nicht. Schmetterlinge total. Schattige Schmetterlinge. Ja. Ich mach gleich einen Biolog draußen klein. Wenn ich eh noch hier sitze. Also. Was jetzt folgt nach der Freigabe? Die offizielle Bekanntgabe natürlich. Bekanntmachung? Bekanntgabe? Eigentlich heißt es Bekanntgabe, ne? Es folgt ein Buchtrailer, den wir von euch gemacht haben. Und ein kleines Hörbuchtrailerprojekt. Auch was heißt klein. Es hat einige Folgen. Ihr könnt euch drauf freuen. In Zusammenarbeit mit Ohrnextdoor. Also known as David K. Soler. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und einem gewissen Mythenakte. Die beiden fungieren als Sprecher. Und noch einige andere Leute, die mir geholfen haben. Schattenvoll kommt in den Laden. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.